Fritz Kampers war ein deutscher Schauspieler. Leben und Arbeit Fritz Kampers war der Sohn eines Münchner Hotelbesitzers, verbrachte seine frühe Kindheit in Garmisch-Bartenkirchen und besuchte ein Internat im oberbayerischen Weilheim. Nach dem Realschulabschluss absolvierte er eine kaufmännische Lehre in einer Münchner Textilhandlung und nahm gleichzeitig Schauspielunterricht bei Richard Sturi, der als Präsident der Münchner Versuchsbühne vorsass. Nach Auftritten an kleinen Münchner Vorstadtbühnen wie dem Alhambra-Theater tingelte er durch die Provinz und fand schließlich Engagements in Alzey, Karlsruhe, Luzern, Sondershausen, Helmstedt und Aachen. Während des Ersten Weltkrieges diente er als Kavallerist an der Ostfront, wurde verwundet, entlassen und schloss sich den Fronttheatern in Warschau und Lotz an. Während eines 1917 begonnenen Engagements am Münchner Volkstheater lernte Fritz Kampers den Regisseur Franz Seitz kennen, der ihm einige Filmengagements verschaffte. Auch als Filmregisseur trat er zwischen 1917 und 1920 in Erscheinung. In der Volkstyrann spielte unter seiner Leitung der berühmte Kollege Albert Steinrück die Hauptrolle. 1920 ging er nach Berlin, wo er als Schurkendarsteller ein Jahr lang für Gustav Althoffs Filmgesellschaft arbeitete und gleichzeitig an Bühnen wie dem kleinen Schauspielhaus, dem Lessing-Theater, dem Deutschen Theater und dem Revue-Theater, Admiralspalast, auftrat. Populär wurde Kampers auch als Kabarettist. Zeitweilig gehörte er dem Ensemble von Trude Hesterbergs politisch-literarischem Kabarett, Die wilde Bühne, an. Mitte der 1920er Jahre wechselte Fritz Kampers das Rollenfach und spielte als komischer Charakterdarsteller kernige Originale und fesche Soldaten und Offiziere, oft mit bajuwarischem Einschlag. Das Sympathische dieser Typen, die er bis zum Ende seiner Filmlaufbahn mit Erfolg verkörperte, bestand in dem scheinbaren Gegensatz von urwüchsiger Robustheit und Ungeschliffenheit einerseits Kampers, Gesten waren sparsam, seine kurzen Sätze warf er trocken und fast absichtslos hin, und Witz, Pfiffigkeit und unvermuteter Tiefe andererseits. Der Wechsel zum Tonfilm fiel Fritz Kampers leicht. Große Rollen hatte er in Max Obels Komödie, Die lustigen Musikanten, in G. W. Papsts Filmen, Westfront 1918, und Kameradschaft, in Drei von der Stempelstelle, und Zwei gute Kameraden. Als 1933 viele Filmkünstler wegen des nationalsozialistischen Regierungsantritts ins Ausland gingen und die Filmindustrie händeringend nach geeignetem Ersatz suchte, erhielt Kampers, der in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gelegentlich auch Regie geführt hatte, Gelegenheit, zwei eigene Filme zu inszenieren. Den Schwank, Konjunkturritter, und das Verwechslungslustspiel Ich singe mich in dein Herz hinein. Seine Schauspielkarriere setzte er auch unter dem Regime des Nationalsozialismus fort. Von 1934 an gehörte er zum Ensemble der Berliner Volksbühne und daneben trat er weiterhin in Filmen auf, auch in nationalsozialistischen Propagandafilmen wie Drei Kaiserjäger, Die vier Musketiere, Urlaub auf Ehrenwort, Im Namen des Volkes, Robert und Bertram, Der Feuerteufel, Über alles in der Welt, und Anschlag auf Baku. Obwohl Kampers 1939 von Joseph Goebbels zum Staatsschauspieler ernannt wurde, scheint er von 1942 an Filmangebote in Propagandafilmen jedoch abgelehnt zu haben. Auch im Nachkriegsfilm fand Fritz Kampers bald wieder Beschäftigung mit Nebenrollen in Filmen wie Sensation im Savoy und Schwarzwaldmädel. Fritz Kampers war einer der aktivsten Darsteller des deutschen Films. Zwischen 1918 und 1950 hat er in mehr als 260 Filmen mitgewirkt, das ist jeder 17. Film, der in diesem Zeitraum produziert wurde. Seine Ruhestätte befindet sich auf dem Evangelischen Friedhof in Neubeckum.